zur folge 66 habe ich weniger schnappszahl ist das ja ja jetzt kein schnaps dabei ist ganz gut so wir haben noch plenarsitzung durch die ganze nacht hindurch ich habe mich warte ich habe ja guck mal eine cola dabei die würde die passt doch zu dir gemacht supergirl aber ich trinke aber magst du dich kurz vorstellen erika steinbach mein wahlkreis ist in frankfurt am ein und frankfurt denkt man immer ist die stadt der banken aber wir sind das größte dorf in hessen wir haben also die meisten bauern und eine riesige landwirtschaftsfläche also ich sage banken und bauern bb dazu kommen wir gleich mal also ich stelle kurz vor du bist korrigiere mich wenn ich falsch bin frauenrechtlerinnen bürgerrechtlerinnen umweltaktivisten religionskritikerinnen flüchtlingsaktivisten menschenrechtlerinnen habe ich irgendwas falsch gesagt alles daneben aber komplett frauenrechtlerinnen überhaupt nicht überhaupt nicht nein ja darum ja ich will keine quotenfrau sein sondern ich will aus eigener kraft und eigener kompetenz gewählt werden ist mir auch gelungen immer wieder gegen kandidaten ja jetzt gerade frisch aufgestellt gegen zwei mitbewerber zwei männliche die delegierten haben sich für mich entschieden ich brauche keine quote k foto euro k und